begrüße das gemüße willkommen zur europa league erst der fc köln gegen rcd mallorca stadion köln rheine energiestadion und es geht in der europa league in der gruppenphase wir haben drei wir sind tabellenführer es geht gegen rcd mallorca auch tessa hartberg in der gruppe die europa league so das war die hymne los geht's spiel nummer zwei in der europa league ja zuletzt gegen berlin war ja ein ganz schwaches spiel der schiedsrichter hat uns da auch einen hund angetan elfmeter verschossen erste halbzeit komplett verschlafen war ja das war nicht das spiel des ersten fc köln aber vielleicht heute jetzt ein toni modest und das 1 zu 0 mit dem ersten torschuss anthony modest drei minuten gespielt der erste torschuss schöner konnte schöner schuss unhaltbar anthony modest und mit seinem dritten europa league schon mal ein besserer start der zuletzt berlin die waren ja die waren sehr stark die haben das sehr gut gespielt die waren aggressiv die waren immer im zweikampf haben schnell die zwei tore gemacht und haben die dann auch sehr gut verteidigt wurden ab und zu gefährlich aber in hälfte 2 haben wir alles gegeben aber nichts hat geholfen keine chance somit verdiente 2 zu 0 niederlage meisterschaft gute flanke hier schindler schindler nochmal schindler doch immer schindler 2 zu 0 kingsley schindler macht das 2 zu 0 hier geht es plötzlich so einfach gegen berlin nicht mal ansatzweise erstes tor in europa league schindler schindler und modest wenn dieses system funktioniert funktioniert es aber wenn es nicht funktioniert dann kann es sein dass man wie gegen berlin da schon mal verlieren kann das ist dann da kann sie jetzt sagt gibt den pass gut gemacht auf check kopf aber der geht weit über das tor das bringt ihm der ball vorher noch einmal auf und deswegen da kommt ihm der fuß unter dem ball und somit über das tor so ah fehlpass gut gemacht so jacobs modests modests und jonas hektar nein er vergibt die riesenmöglichkeit auf das 3 zu 0 nein da geht er hat er zu viel effe genommen geht vorbei toller pass aber weiter geht der angriff von köln modests da steht es 3 zu 0 Anthony Modest mit dem zweiten Torschuss das zweite Tor für ihn 3 zu 0 Kingsley Modest das funktioniert wenn es funktioniert Kompeten funktioniert 3 zu 0 erster fc köln So, jetzt Mallorca mal Richtung gegnerisches Tor. Aufgepasst, upside. So, Schmitz, jetzt Bar auf, Jacobs, Jacobs, uuuuuh, da geht der Bar ganz knapp. Ei, den konnte er nicht anschneiden, der war ohne Schnitt. Ah, ihn hat er ganz schlecht erwischt, den Ball. So, wieder, Kingsley, Kingsley, Schindler. Ah, er steigt der Ball. Uh, guter Schuss. Kann sich sehen lassen. Boah. Na, was ist? Ja, Freistoß. Aber keine Karte. Ah, fehl Pass. Ah, fehl Pass. Was war das? Schön geklärt, jetzt der Skiri. Skiri. Ah, er bleibt hier. Hängen. Seitenwechsel. Druck geklärt. So, Mark Uth jetzt. Mark Uth, er sprintet mit dem Ball. Er sprintet mit dem Ball. Er versucht zu schießen. Schlechte Entscheidung. Da hätte er auf Modest abgeben müssen. Wollte es selbst versuchen. Der Ehrgeiz etwas zu groß. Auch wenn es 3 zu 0 steht, darf man sowas nicht einfach leichtsinnig hergeben. Und 3 zu 1. Das war jetzt wohl die Strafe dafür. Der direkte Gegenstoß führt zum Tor. Ah, er war auch unhaltbar geschossen. Keine Chance mit Himo Horn. Lago Junior. Oh, 4 Tore schon. Oha. So, Bar auf Jacobs. Der ist nicht genug. Modest versucht es hier aber. Fängt in 2 Meter Brust ab. Aber ist hier schlecht dann aufgekommen. Oh, wieder dieser Seitenwechsel. Hier wieder Junior. So, Schindler. Und jetzt der Bar auf Modest. Gehalten. Gut gemacht. Gut gespielt. Tolle Chance. Und um. Abstoß. Rainer. Ja. So, 3 Minuten nach Spielzeit sind um. Pfeift ab. 3 zu 1. Die Führung zur Pause. Für den 1. FC Köln. Machen. Ein gutes Spiel heute. Ein besseres Spiel. Als wie gegen Hertha. Man merkt es. So, aber weiter Angriff. Weiter nach vorne. Nicht aufgeben. Ja. Schön gemacht. Ball. Gleich. Ah. Jawoll. Jonas Hector. Ball auf Mark Uth. Mark Uth. Nein. Was ist los? Mark Uth, der in den ersten Spielen so gut getroffen hat, vergibt eine weitere Riesenchance auf das 4 zu 1. 4 zu 1. Abgefangen. Modesto, aber der Ball springt weg. Oh. Aufgepasst. Tor. Skiri mit einem wunderschönen Volley. 4 zu 1. 4. D somewhereFan. Und Karli. Eine Chance für scr. m Der macht ihn. der macht ihn. erst als europa ligt vor 4 zu 1 führung ausgebaut markt jetzt am ball der pass war ganz schlecht war zu steil jetzt da entnehmen unter bedrängnis war der sehr schwer zu machen da dreht er sich zu viel schlechter winkel beim schuss und bar ist weg jetzt da bar jacobs oh abgefangen so aufgepasst das war ein gutes spiel gut abgefangen schindler sonst kiri jetzt mit dem vorstoß der pass auf und der pass auf modest und da steht es 521 anthony modest mit dem hat das war ein schöner konter ein konter wie er im buche steht pass auf und auf modest und modest netz hinein 521 tolles spiel hier heute von fc köln modest mit seinem fünften europa lektor zu borna aus dem spiel fink kommt jetzt noch mehrere ja mallorca geht es jetzt so wie es uns gegen härter gegangen ist nur nicht so extrem sondern extremer kann hier schindler sich den ball nicht holen nein gut gespielt schön gemacht aber da war mark ut jetzt etwas zu langsam so mallorca jetzt mal im vormarsch wieder ja ich bin ja das ganz gut rüber ja ja gut oh timohan so jonas hektar fahr auf schindler jonas hektar wieder mit einem wuchtigen schuss und so skiri aus dem spiel fink kommt jetzt höger hat einen wunderschönen treffer erzielt 76 spiel minuten 76 spiel minuten Und da gibt es Freistoß. Der geht irgendwo in den 16er hin. Gutes Passspiel von Mallorca. So, Schindler. Er hat noch die Power. Er hat noch die Power. Und da steht es 6 zu 1. Wahnsinn. Marc Uth. Mit dem Treffer. Jetzt gelingt es ihm. Modeste revanchiert sich. Und gibt jetzt die Vorlage für Marc Uth. Was? Damit hat der Torwart nicht gerechnet. Dass Modeste hier den Ball abgibt. Aber der dreht sich auch noch gefährlich. Da hat er die Stange. Aber 6 zu 1. Marc Uth mit dem ersten Europa League Tor. Ja, da ist es. So, Schindler. Eine tolle Partie gespielt. Auch ein Tor gemacht. Hin kommt der zu Florian Kainz. Starker Auftritt hier von Köln. Schwacher Auftritt von Mallorca. Wobei die auch regelrecht überrumpelt wurden. Nach drei Minuten. Man kennt das. Das ist nicht Sonne. So, Höger. Auf Modeste. Also, glaube ich, selber gestolpert. Aufgepasst. Aber Timor Horn. Letzten Minuten Nachspielzeit. Mallorca will hier kein Tor mehr zulassen. Versuchen hier selber noch eins zu schießen. Und das war's. Souveräner Sieg. Toller Sieg. 6 zu 1 gegen RCD Mallorca. Wir bleiben Tabellenführer in dieser Gruppe. Undefined. Das heißt, Modeste. Sechs auf der Suche. Drei Tore. Inklusive Torvorlage hier der alle erste Schuss gehen soll. Ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch dieses Video gefallen hat. Ein Abo nicht vergessen für mehr Videos. Road to 80. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Busjesbachi. Euer Elicinata.